Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal, schön dass du hergefunden hast und heute reden wir wieder über einen abgeschlossenen Deal, nämlich über den Wechsel von Luca Waldschmidt von Benfica Lissabon zurück nach Deutschland zum VfL Wolfsburg. Auf jeden Fall einer der interessanteren Deals diesen Sommer, denn Luca Waldschmidt gilt ja als sehr, sehr talentierter Spieler und ist eben dieses eine Jahr nach zu Benfica gegangen, um sich dort vielleicht auch spielerisch weiterzuentwickeln. Der VfL Wolfsburg hat es nur auf ihrer offiziellen Twitter-Page oder generell auf den Webseiten bekannt gegeben, dass Luca Waldschmidt ab sofort ein Spieler von den Wölfen ist und in Zukunft dieses hellgrüne Trikot anhaben wird und die Wölfe dahingehend auch im Sturm verstärken wird. Der Deal soll laut Benfica Lissabon so um die 12 Millionen Euro betragen, also 3 Millionen unter seinem Marktwert. Er unterschreibt einen Vertrag bis 2025 bei den Wölfen und wird dort wahrscheinlich im Sturm eine interessante Variante sein, um die Offensivkräfte der Wölfe anzukurbeln. Ich denke der Name Waldschmidt wird euch im Fußball sicherlich geläufig sein, er hat ja lange in der Bundesliga gespielt und er ist mittlerweile 25 Jahre alt, er ist in Siegen geboren, deutsche Nationalität, hat natürlich auch für die U21 sehr gut gespielt. Hauptposition ist im Sturm, hängende Spitze, Mittelstürmer, also mehr hinter den eigentlichen etanwissigen Mittelstürmern. Also er schaut, dass er sich den Ball holt und mit seinem linken Fuß den Ball auch schon verarbeitet. Wie gesagt, sein starker Fuß ist der linke und der ist wirklich stark und sein aktueller Marktwert beträgt, wie vorerwähnt, 15 Millionen Euro. Waldschmidt kommt aus der Jugend von Eintracht Frankfurt und ist dann 2016 damals zum HSV gewechselt für eine Ablösung von 1,3 Millionen. Vom HSV nach zwei Jahren ist er dann zu Freiburg gekommen, wo er dann wirklich aufgeblüht ist unter dem Trainer Christian Streich, der ihn auch wirklich gefördert hat. Und das blieb natürlich nicht unbeobachtet, so hat Benfica sich dann die Dienste 2020 für eine Ablösung von 15 Millionen Euro gesichert. Und nun zieht es ihn wieder nach einem Jahr Portugal zurück nach Deutschland zum VfL Wolfsburg. Beim Sturm von Wolfsburg wird unter dem neuen Trainer Marc von Bommel auf Spieler wie Wout Weghorst, Ridley Barco oder auch einem Renato Steffen treffen, wo er sich sicherlich gut einbinden kann. Ich könnte mir gut vorstellen, dass er vielleicht ein bisschen am Anfang mal auf der Bank setzen wird, aber auf jeden Fall auch als Joker oder auch vielleicht hinter der Spitze von Weghorst seine Bälle verarbeiten wird und er doch technisch wirklich sehr viel Gutes machen kann. Reden wir mal kurz über seine Stärken, also sein starker linker Fuß sicherlich sein herausragendes Merkmal würde ich sagen. Er hat eine tolle Technik am Ball und auch ein toller Abschluss, präzise, auch sehr, sehr fest, hat man ja auch in den Länderspielen in Deutschland gesehen. Er hat diese Technik auch am Ball sicher weiterentwickelt in Portugal, ist nicht dafür bekannt, dass sie ihre Spieler immer technisch serviciert ausbilden. Außerdem ist er sehr agil und wendig, er ist nicht der Größte, er ist wie gesagt ein Spieler, der eher versucht an dir vorbeizutreten, entstand sich jetzt physisch irgendwie wegzudrängen. Also jemand, der sehr kreativ spielen kann und darf sich Wolfsburg und Marc von Bommel auf jeden Fall auf einen sehr kreativen Spieler freuen. Also für eine Ablössumme von 12 Millionen bekommt Wolfsburg nun einen ehemaligen U21-Nationalspieler, einen sehr guten Spieler von Freiburg, der jetzt im Benfica ein relativ okayisches Jahr gehabt hat, wo er sich weiterentwickelt hat und wird in der Bundesliga sozusagen jetzt in seiner Hauptzeit, also er ist 25, also wird noch jetzt auf seinen Höhepunkt seiner Karriere wahrscheinlich zukommen. Dann hat sich Wolfsburg sicherlich eine sehr interessante Variante für den Sturm gesichert. Ich kann mir gut forschen, dass er bei Wolfsburg funktioniert einfach, weil Wolfsburg ein sehr ballbesitzorientiertes Spiel hat und deswegen den Ball auch gut halten muss. Und ein Walschmidt kann da mit seiner Technik auf jeden Fall dazu beihelfen, diesen Ballbesitz zu halten. Und ich kann mir gut forschen, dass das ein oder andere Joggo-Tor machen wird, vielleicht auch ein schönes Distanz-Tor, aber da wird man sich in Wolfsburg auf jeden Fall auf diesen jungen Mann freuen können. Was ist nun eurer Meinung zu diesem Deal? Was sagen die Leute, die wir schon vielleicht bei Freiburg beobachtet haben, beim HSV? Finden Sie, dass dieser Schritt der richtige ist? Es soll auch die PSW aus Holland interessiert gewesen sein mit Spielern wie Mario Götze oder Philipp Max. Aber er hat sich schlussendlich jetzt für Wolfsburg entschieden. Was sagt sie dazu? Schreibt es eurer Meinung gerne in die Kommentare. Würde mich sehr freuen, mit euch darüber zu diskutieren, ob er eine neue Bereicherung für Wolfsburg ist oder ob es vielleicht doch sensibel wäre, das Geld woanders reinzustecken. Wie gesagt, immer sachlich bleiben natürlich. Gerne das Video bewerten, wenn es euch gefallen hat, den Kanal abonnieren, wenn ihr mehr sehen wollt. Und wir hören uns beim nächsten Video. Bis bald. Habt einen schönen Tag und ciao. Bis bald.